Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Samsung Galaxy S24 Ultra ausschalten könnt. Und ich denke mal, ihr habt es schon bemerkt, wenn man die Ein- und Austaste hier länger gedrückt hält, kommt Bixby, der Sprachassistent. Aber wie schaltet man das Telefon aus? Dafür brauchen wir neben der Ein- und Austaste auch die Leiser-Taste. Und wenn wir jetzt diese beiden Tasten zusammengedrückt halten, erst dann kommt das Ausschaltmenü. Dann bestätigen wir nochmal auf Ausschalten, nochmal auf Ausschalten und das Telefon schaltet sich aus. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, um das Telefon auszuschalten. Dafür scrollen wir hier mal runter, scrollen nochmal runter und dann haben wir hier das Symbol fürs Ausschalten. Da kommen wir ebenfalls ins Ausschaltenmenü. Zweimal auf Ausschalten hier klicken und dann fährt das Telefon herunter. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, diese Ein- und Austaste oder Funktionstaste, wie Samsung sie jetzt nennt, hier auch als echte Ein- und Austaste, zu belegen. Dafür scrollen wir mal runter hier, gehen auf das Symbol für die Einstellung. Dann müssen wir runterscrollen zum Punkt Erweiterte Funktionen. Und hier gibt es jetzt den Punkt Funktionstaste. Und hier können wir letztendlich entscheiden, was passiert, wenn wir diese Funktionstaste länger gedrückt halten. Aktuell wecken wir Bixby damit auf, aber wir wollen ja das Ausschaltenmenü. Klicken wir mal an. Und das heißt, wann immer wir jetzt diese Ein- und Austaste länger gedrückt halten, kommt direkt das Ausschaltenmenü. Dann bestätigen wir auf Ausschalten, nochmal auf Ausschalten und das Telefon schaltet sich aus. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und die Frage beantworten. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Es ist eine Riesenunterstützung von meinen Videos. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr gerne schauen wollt, mit ein paar Tipps und Tricks und so weiter und so fort. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.